Sport ist für mich nicht nur wichtig, um selbst zu machen, sondern ich darf seit vielen Jahren für die FC St. Gallen tätig sein, vor allem in politischen Fragen. Ganz wichtig ist mir aber auch das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest und ich ganz fest hoffe, dass im Jahr 2025 hier im Breitfeld stattfindet wird. Auch in Bern würde ich mich einsetzen, dass die Politik die Anliegen des Breiten- und Spitzensports versteht. Ja.